Hey Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Age of Empires 2 Definitive Edition Kampagne aus Forza. Bei mir, Ricola, geht's weiter, Blut und Verrat, Mission 4. Viscontis Tod stürzte Mailand ins Chaos. Die umliegenden Städte rebellierten und Venedig bedrohte Mailand. Durch seine Ehe hatte Sforza mehr Anrecht auf Mailand als irgendjemand sonst. Doch kurioserweise forderte der ehrgeizige Hauptmann seine Mitgift nicht ein. Stattdessen ließ er die Anwälte und Professoren Mailands eine Republik mit allem Glanz und aller Korruption des alten Roms errichten. Sie nannten es Ambrosianische Republik, nach dem heiligen Ambrosius. Doch nichts an dieser Republik war heilig oder gesegnet. Die von Feinden umgebenden Väter der Republik, zwar belesen, aber unbewandert im Krieg, brauchten einen Hauptmann, der sie im Kampf gegen Venedig führte. Sforza nun im Dienste Venedigs, an der Seite seiner Mitstreiter Malatesta und Micheletto, ließ diese Gelegenheit für einen Verrat an seinen Auftraggebern und jenen, die ihm nahe waren, nicht verstreichen. Er legte sein eigenes Anrecht auf Mailand nieder und stimmte zu, der Republik als Gegenleistung für die Herrschaft über die Stadt Brescia gegen seinen Väter Micheletto zu dienen. Die Väter der Republik willigten ein. Auch wenn mancher munkelte, Sforza könne man nicht trauen. Schließlich marschierte er für ein Stück Land gegen sein eigen Fleisch und Blut. Ja, auch mal interessant, wie sich das alles so wendet. Zerstören sie die Burg in Caravaggio, zerstören sie die Burg, zerstören sie die Burg, äh, ja, die Venedig führte. Die Venedig führte, zerstören sie die Burg, zerstören sie die Burg, zerstören sie ihre Feinde an Land angreifen. Ihre Feinde können sie doch ebenfalls angreifen. Cremona kann per Schiff erreicht werden, sie sollten jedoch die Vorteile einer zweiten Basis mit erfolgen. Okay. In Schiffrax. Signore, die Venezianer herrschen über Lodi im Zentrum. Die Städte Caravaggio und Piacenza sind mit ihnen verbündet und müssen gleichermaßen von der Republik unterworfen werden. Cremona im Osten wird sich uns ergeben, sobald wir die Stadt erreichen. Über diese Brücken können wir den Fluss Po überqueren. Doch wisst, dass diese Barrikaden auch unsere Feinde an der Überquerung hindern. Ja gut, ähm, ja, was, was soll man da großartig sagen? Ich würde mich am liebsten hier einfach drauf vorbereiten und... Kehrt nach Mailand zurück, Francesco. Ich habe keinen Anlass, mit euch zu streiten. Überlasst die Republik sich selbst und wir beide werden reiche Männer sein. Okay. Gut, dann heißt es mal ein bisschen scouten, Leute. Ich meine, wir haben ja drei Dorfbewohner und ich werde ja nicht gleich diese Barrikade angreifen, die sich irgendwo befinden werden. Oh. Hi. Hier ist auch ein Haus. Impero. Sane. Presto. Aego. Presto. Sane. Presto. Pabulo. Impero. Presto. Schweini, Schweini, Schweini. Ihr verletzt mich, mein Vetter. Ich möchte euch nichts antun, doch ihr lasst mir keine Wahl. Ich sagte euch, ich muss meinen Namen an. Ich kann nicht länger in eurem Schatten stehen. Sago. Wie gemein. Noch mehr Schweinis. Ein Sahne. Ein. Noch mehr Schweini. Oh mein Gott, diese Geräusche ey. So, wir haben 4, 5, 6 davon, 6 Goldgebiete, ordentlich Nahrung, Kreuz. Ja und sich alles schimmig soweit. Ja, du wirst mal ein bisschen hier hacken. Auch Schwörlierer habe ich es eigentlich nicht abgesehen. Ja, man sieht ordentlich alleine den Unterschied zwischen den Punkten, dass wir hier ganz weit hinten liegen. Komm, kümmert euch mal darum. Der greift mich an. Ja, die italienische Kriegsgallehen. Genau. Tut euch keinen Zwang an. Salve, Pablo. Gut, danach geht es in Richtung nächstes Schwein. Die Schweine. Gut, okay, die sind wahrscheinlich untereinander verbündet, sonst würden sie sich glaube ich nicht angreifen. Oh mein Gott, sind das viele Schiffe. 100% Landwehrkrieg, 100%. Oder ich stelle eine Burg auf. Ich mache mal hier noch ein Dorfzentrum. Und du hilfst. Und du hilfst. Salve. Pablo. Gut, Francesco. Aber ich werde ordentlich unterstützen. Die Krone macht und mich. Ja, die bisschen. So, jetzt haben wir alles erkundet hier auf der Insel. Oder auf dem Stück Land, was hier uns blieb. So, 300 Nahrung und Kankanoniere könnten wir bald noch machen. Wir sollen ja nur die Burgen zerstören. Ich weiß ja nicht, was dann passiert. Oder ob die komplett dann aufgeben. Oder nicht. Warte, sind unsere Missionen so, dass wir nur 200 haben? Ja, wir haben 200. Ja, besser für uns, ne? Ansonsten gibt es bei mir nicht viel. Ich finde die Missionseinstiege immer ganz okay jetzt so, wenn man mal so drüber nachdenkt. Also, man sieht immer so die Level und denkt sich dann so, hm, okay, das Bild habe ich schon gesehen. Das Bild ist nicht neu. Und so, zumindest jetzt in der Kampagne hier. Gibt natürlich auch noch andere, wo dann zum Beispiel steht, boah, cool, du kannst jetzt das und das oder hier und da. Bei den wenigsten ist das so, wo man dann sagt, oh, cool. Mensch, neue Bilder. Neere Formen. Okay, was hat der jetzt vor? Ago, sanne. Ago, sanne. Ein? Presto. Presto. Kondo, 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 sex, und sind. Ein? Sane. Kondo, 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 kondo. Kando. 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 Presto. Kando. Salve. Aber gut. Aber ich meine, wenn er das so sagt, so, ja, lass es uns entscheiden, so. Ja, ich bleib ganz ruhig. Ich meine, der da oben hat am wenigsten gemacht oder macht bisher gar nichts. Der hier hat ein bisschen Schifffahrt, wird wahrscheinlich durch die Scouting-Punkte so viel haben. Das sind 350, das ist dann knapp 680 Steinen, das ist genau das, was ich brauche, um eine Bucht zu haben. Genau. So, jetzt brauchen wir noch, genau, da haben wir die Zweimannsäge. So, ihr seid fertig, das ist gut. So, jetzt geht's. Kondo. Ja. Kondo. 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 Sechs. Nein. Salve. Podium. Podium. Nein. Nein. Ein? Correctus. Kondo. Zane. Ein? Correctus. Im Pergo. Ein? Pugno. 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 Salve. Ein? Correctus. Pugno. Pugno. Mein Gott. Seine Galeone. Im Pergo. Euer Vater würde weinen, wenn er euch jetzt sehe, Francesco. Nein? Salve. Pugno. 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 Ja, das ist natürlich auch kacke. Pugno. 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 was zu bauen aber noch zu wenig einhalten kondo 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 ein jahr zehn reichweite ich habe zehn reich weiter die machen ja auch nur ein schaden gegen mich das ist ja auch ein witz dafür dass sie so viele so viel geld verlieren nur durch diese schiffe wenn man eine burg baut die ein bisschen dichter am wasser ist da ist die kai komplett überfordert schon so gold ist fast komplett abgebaut dann oder was heißt komplett hier sind ja das ist so viel gold es ist halt überall besetzt sagen wir es mal ja so und hier ist überall tiefseefisch also kondo 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 ein salve audio und in euer gold müsste auch noch an dann haben wir drei davon machen wir noch die upgrades fertig keine handelsgebühren mehr was brauchen wir die nahrung und das kondo 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 ja ich hätte es wahrscheinlich nicht in den kampf schicken kondo teete ich mich das kondo 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 ja sieht man schon die die haben die haben so viel geld und so viel gold Impero Und Flatsch. Und der schickt einfach alle seine Schiffe, die er hat. Der Portugiese. Auch ein guter Seemann, aber... Ja, die Männer arbeiten, die Frauen arbeiten alle am Gold. Da herrscht kein Notstand. Auch wenn der Diebzief ist. Viel ist hier nicht mehr. Das ist schon echt... So. Ah, da haben wir sie. Bösartig. Hm. Ab zum Lochzentrum mit euch. Hier ist ein Loch. Kondo, Kondo. Impero. Aen. Ago. Sane. Sane. Ago. Kondo. Pugno. Korro. Pres野. Aen. Uh oh. Kolo. Impero. Sane. réussi. Ein? Ein! Kondo! Presto! Ein! Impero! Presto! Ein! Impero! Sane! Ein! Kommita! Presto! Pugno! Impero! Sane! Presto! Ago! Ein! Sane! Ein! Ein! Ago! Presto! Sane! Komita! Ein! Ago! Presto! Impero! Sane! Torro! Presto! Sane! Ein! So! Impero! Dann kaufen wir mal noch ein bisschen Gold. Impero! Rektus! Kondo! Impero! Pugno! So italienische Festung fällt. Ich hoffe, ihr habt dann verloren. Ein! Ago! Sane! Ein! Salve! Hm. Die Garnison von Piacenza hat ihre Waffen niedergelegt. Ein! Sane! Oh, entschuldige. Ago! Sane! Pero! Ein! Presto! Ein! Kondo! Ein! Ago! Ein! Ein! Pabulo! Impero! Ein! Pabulo! Salve! Correctus! Pabulo! Da sind Reliquien. Presto! Ein! Pero! Ago! Sane! Die brauche ich jetzt nicht so sehr. Sane! Ein! Gut, jetzt haben wir Staff in Überschuss. Ein! Ein! Presto! Presto! Kondo! Zuuuuh! Impero! Sane! Ein! Ago! Sane! Ein! Presto! Impero! Presto! Ago! Ein! Ago! Ein! Hmm. Presto! Impero! Zahne! Kondo! Impero! Ein! Sind die alle am Steiner packen? Ein! Das sehe ich aber nicht gerne. Zahne! 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 Kolo! Kalo! Kaedo! Fodio! Impero! Kolo! Verso! Presto! Ein! Ago! Ago! Zahne! 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 Aber das ging schnell mit der Festung. Ach, kommt man jetzt hier durch, oder wie? Das wäre ja was. Na geil. Dann kommt er ja ernsthaft durch. Einst tritten wir gemeinsam, mein Vetter. Keine Stadt und keine Frau konnte uns widerstehen. Jetzt tretet ihr mir als Feind entgegen. Oh ja, muss ich da. Salve, Sanne. Impero. Ago. Salve. Presto. Odio. Ein. Kondo. 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 Impero. Ein. Sanne. Korrektus. Missionare können keine. Ein. Sanne. Salve. Ein. Impero. Sanne. Ein. Ago. Sanne. Punio. Presto. Comida. Ein. Sanne. Ja, kümmert euch zum Simenarm. Impero. Presto. Ein. Impero. Presto. Ein. Sanne. Ago. Hm. So, und die Missionare werden hier fleißig verteidigen. Impero. Ist eigentlich ein ganz schnuckliges Level. Ein. Ein. Presto. Sanne. Presto. Impero. Kondo. Salve. Kondo. Kondo. Gold ist ja auch ummaß, also. Ein. Sanne. Ein. Das ist ja regelrecht überhaupt nicht beschweren. Impero. So, dann Berserkat mal. Ein. Presto. Sanne. Perro. Porro. Punio. Ja. Da sind die Einheiten. Ago. Ein. Sanne. Ein. Sago. Frag mich, ob sie überhaupt irgendwas schrecken. Die treffen noch gar nicht. Doch. Infero. Comita. Punio. Porro. Ein. Salve. Kondo. Kondo. So, ist jetzt kaputt. Ja, geht doch. Oh. Oh, oh. Nee, so viele schaffe ich nicht. Podio. Podio. Ein. Presto. Sanne. Ein. Sanne. Ago. Ja, die haben wir erst ein wenig groß, wenn ich das mal so sagen kann. Presto. Impero. Kondo. Hm. Die Schiffe versuchen es immer noch. Infero. Impero. Ein. Pesto. Ago. Sanne. Ein. Sanne. Ein. Impero. Sanne. Ein. So, die Venezien. Die sind so eher die Alters. Das war's. Heiliges Kanonenrohr. Die Venezianer haben noch ordentlich was drauf. Heiliges Kanonenrohr. Heiliges Kanonenrohr. Heiliges Kanonenrohr. Heiliges Kanonenrohr. Heiliges Kanonenrohr. Heiliges Kanonenrohr. Ja, mach diese Burg kaputt. Nicht schädlich. Wie auch immer. So, ich hab die Burg kaputt gemacht. Und jetzt? Caravaggio hat sich ergeben, Signore. Die Straße nach Brescia steht uns offen. So schön. Die Leute von hier unten bauen halt immer Stunden bis hier oben sind. Ein. Ein. Imperro. Sane. Ein. Sane. So, ein paar von denen. Ein. Ago. Ein. Sane. Ago. Ein. Sane. Puño. Salve. Sane. Ein. Presto. Imperro. Ago. Porro. 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 Presto. Ein. Ago. Sane. Imperro. Commida. Das wird ein. Ein. Wird ein Schuss. Ein. Torro. Imperro. Ein. Sane. Pugno. Presto. Commida. Imperro. Ein. Spend. Ein. Imperro. Ago. Ach Mann. In. Sane. Salve. Imperro. Kondo. 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 Michael. Hihi. Wird sie sich da einmal durchschlagen. Wird sie sich da einmal durchschlagen. ist immer noch schön zu sehen so ist hier noch irgendwo gold da oben sie bauen was ab also wirklich könnt ihr es nur wagen in meiner gegenfahrt sachen abzubauen hier gilt nur disziplin und ordnung ist schon voll war die belagerungskanonen die haben ja richtig lust die denken sich auch nur so heureka und rein kondo 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 ja gut das ist halt immer noch so geplänkel so vor zurück diese türme schaden gegen meine einheiten ist natürlich gut dass wir hier diese kasernen und so alles mitmachen aber naja muss jetzt nicht sein aber die burg ist gefallen schön das macht spaß gefallene Burgen mag immer mehr spaß als sie eigentlich gefallen sind seid verflucht ich werde euren verrat nicht vergessen niemand soll ihn vergessen ihr werdet eure gerechte strafe erhalten francesco vergesst das nicht ich habe schlechte nachrichten signore Mailand hat Frieden mit Brescia geschlossen euer versprochener Lohn wurde euch durch Verrat geraubt ja und anstatt dass wir uns einfach alles alles anreißen und dann ist gut so ja aber schönes level hat spaß gemacht ähm nachdem wir unsere einheiten genommen haben ok lol alles klar die portugiesen hatten noch weiter lust äh zu Schermützeln ah die hatten mhm die hatten uns doch noch verloren warum die hier nicht alles abgebaut haben frage ich mich sondern hier aber egal ja Leute wenn es euch gefallen hat lasst ein Like da haut ein Apo raus wir sehen uns beim nächsten Mal im fünften Level wahrscheinlich oder? ja wie war es Forza? ich lebe es Forza und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter bis dahin ciao